Zug nach Rathaus-Schwander. Einsteigen bitte. So, ich bleibe bitte. Das ist ein bisschen das Bäcker-Und. Hier nochmal schön längs. Da hat meine Freundin gepoppt. Am Hüllesturm. Jetzt müssen wir mit dem Bus weiter. Was geht die Fußbucht da denn? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Egerichter. Das wäre natürlich ein Grund dahin zu gehen. Ich brauche eine Zigarette. Ich bin auch nicht von hinten. Horst und Aliens bei vor Ort. Wie gesagt, sonst sind wir bei Menschen, die gestorben sind. Deswegen habe ich das richtig ausgedrückt. Erlisten vor. Es kann nur einen Indiana Jones geben. Propeller-Heads. Ich stelle mir auch mal vor, hier kommt so ein altes Auto lang. Ein ziemlicher Flunder. Ein ziemlicher Flunder. Realdala 5000. Na ja, bis mal wieder in Zürich. Mittelklasse-Träume. Es ist das dritte Meister. Danke. Schleudersitz-Trauma. Vor allem, der ist in Koma gefallen. Da war ein Zimmermann. Mann. Samstag. Um 7 Uhr. Sind wir hier nicht zugrufen? Das ist ja ein Mobilpark. Da müssen wir noch Ausgang gehen. Der ist just ein Kümel. Na ja, halt mich hier an die Regeln. Im Gegensatz zu denen. Scheiße. Dann müssen wir da rüberklettern. Ich gucke doch gerade bei einem Actionfilm. So. Was dummes, ey. Was dummes, dummes. Und da hinten einer ist. Das ist aber echt so ein Packer. Dr. Von F**k! Mal halblange! Sonst kommt die Kamera selber nicht mehr ran. Boah, Spider-Backs, ey. Super geil. 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 Integration ist was anderes, als den Leuten was zum Saufen zu verkaufen. Irgendein Kitsch. Re-Integration. Re-Integration. Nonstop-Nonsense. Das lasse ich alle erforderen. Ich denke, sie wären Komparsen. Ich bin Komparse. Ich hab's gewählt, weil ich hab's bei einer Zigarettenpause als Stopper benutzt. Normalerweise rauche ich auch nicht die nicht. Aber als so Halloween-Mädchen. So, das ist angeblich auch ökologisch. Ich muss noch kicken, es gibt eine Stiftung Warentest über ökologische Tabake. Die gibt's erst seit dem 21. Und der Verkehr wird weniger. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin ein Reptilierer. Die Spur der Steine. Die Spur der Steine. Die Spur der Steine. Der ist so in schwarz-weiß. Ja, immer wieder bei der Linie. Wenn du jetzt mal Cowboy und Gendarme spielst. Oh, der andere berühmte Mann mit der Melonen, Wandao. Du, das war auch Remake. Du hast jetzt Glut rangekommen und du hast deine Hermeline auch die blauen, die schwarzen Dinger drauf. Kein Kunststoff. Kunst, nee. Doch, Kunst. Ich muss hier das ja auf dem Winter in Landwirt stehen hier. Weiter Yogi, nö. Doch Kunst. Alles klar. Also im Großen und Ganzen haben wir es wieder Tarot spielen. Und dann auch fünfmal die Sonne und zweimal die Hohe Priesterin und den Joker. Ich bin dann zum Letzter aufgelegt. Dann soll ich noch ins Wild at Heart. Niklas Cage. Niklas. 14% zu viel. Das alles ist kein Grund für die 14% zu viel. Das alles ist kein Grund für die 14% zu viel. Ich bin da auch schon. Ich bin da wahnsinnig. Oh Mann, mein. Kunstschnee... Studio 54 Studio 54 Tod eines Otto-Motors Werk ohne Auto Wir wissen warum das Ruine ist Weil es die Rampe der Zwangsarbeiter war Hallo Wien In Schleswig-Holstein So, this is not JFK Wenn er ein bisschen würde, dass wir hier auch noch verscheißern This is not America Schade, die ganzen Sachen sind hier nicht mehr drauf gekommen Wegen der Witterung Es ist so kalt Also ich bin mal lieblich in den Arbeitsweg hier gegangen Und mal wieder ein bisschen rumgeschimpft Es ist echt unglaublich Wir haben ja auch noch extra Deswegen die ganze Zeit Feinstaub geatmet Und da ist ja nichts auch bei Rauch So, außer mit Jetzt den Saft da rausziehen Und weitermachen mit Kamera Oh Es ist völlig geknappt Ey Abbrechen Oh Ja Die denken da, dass es noch weiter lief Weil die haben nicht alle so ein Bullen-Messgerät Aber sie nennen es natürlich Ich bei JFK langgegangen Und dann war ich so Weil ich die ganze Zeit bei JFK so nen Fuckfinger gezeigt hab, alter And this is not JFK Ich hab spielsichtigen Freunde Ich hasse Spielsucht Ich spiele nicht So viele Menschen leben auf dem Spiel Zum Spielen Mal sehen, was er da noch aufgezeichnet hat Ja, kommt Kaiserplatz natürlich Zu Fuß Und weiter geradeaus Mit einem Mondfahrzeug Ey Ah, Werbung für Hoodlamp Das war ein Fakt Ja, wo willst du denn dich hinsetzen? Im Schlosspark Da ist doch alles besorgt Und dann gehst du dir irgendwie eine Pommes essen Und eine Rumkugel holen Nur bei einer Deutschlandfahn stehen doch nicht Das ist die einzigen sind, die da Pommes machen Und die haben noch in der Gegend Und denken Pommes sind rassistisch Ich bin nicht rassistisch Ich bin nicht religiös Dafür habt ihr keine Fantasie Aber Talent Wie Stroh im Kopf Das ist die ganze Zeit Die werden noch in der Gegend Und die haben noch in der Gegend Die haben noch in der Gegend Und die haben noch in der Gegend Wir haben noch in der Gegend Denkstange. So, ja, gerade mal in der ganzen Zeit, gerade mal sieben Fahrradfahrer. Das Essen von gestern auspupsen. Scheiße, war ein Unfall. Scheiße, wie sie das Wort Scheiße ausgesprochen hat. Wie Geschlechtsverkehr. Sex hat sie wie Geschlechtsverkehr ausgesprochen. Das ist euer Wort. Ihr könnt es nicht. Ob da ihr zwei Kinder oder fünf. Das ist halt euer Lebenszwerg. Euer Lebenszwerg. Hey. Komm mal hier dein China-Ding da rein. China-Boom is over. Durch Aufklärung und Emanzipation. Zu spät. Planet is fucked. Ich muss jetzt da ran vorbei. Zum Jakob-Kaiser-Platz. Und weiter ins Schlosspark. Ich bin kein Gaffer. Verdammt. So, Cut. Die auch noch. Ich finde das. Ich finde das hier. Caped for the Weekend. Ein Mietwagen hat sich hier quergelegt. Ausgerätet hier. Ja, ich bin auf dem Rückweg vom CCC-Studio. Das ist ein Satz für Sat. Eins. Wie heißt der? Irgendwas mit blutes Digger als Geld. Ja, ganz Panko ist eingerüstet. Arme Charlottenburg. Hehehe. Dicks lustige Teile. Ah, ein Fotochen. Geht mal eigentlich. Ich zähl mal. Man sah aus wie drei Israelis. Hey. Und drei Bob Marleys. Eike Lion. Und Zion. Ja, und den... Tile 5 hat gerade Tile 5, ne? Hat gerade den Film gedreht, der... Ich bin immer noch zerrüttet davon, wer die ganze Geschichte da sozusagen aufgedröselt hat mit Frau Bleibtreu. Die Bleibtreu Straße, aber in Charlottenburg. Als Kommissarin. Ach. So, und diese Fassadenseite war wie bei Himmel und da über Berlin, dann stand das dann nach. Und den Schwedersteg haben sie dann auch gleich gebaut. Und wenn man über den Schwedersteg kommt, kommt man ja zu dem... Kürze es ja sonst mal gerne ab. Zu dem Kinderspielplatz, zu den regenbogenfarbenen... Holzbrücken. Woodbridge. Ich muss jetzt nicht irgendwie so da... so ein bisschen Abstand halten. Ach, Mann, ey. Tja, so war das. Das ist hier meine Abstandhaltemaschine. Und mit Caroline auf der Maschine. Ja, Udo Lindberg meinte damit tatsächlich den Sänger von den Pudis. Mensch, Tillmann. Jetzt müssen wir nur noch mal eine Erfahrung bringen, wann genau dieser Film da gemacht worden ist. Weil das war ja dann auch so frisch scripted. Und Fakt ist, die fahren in einer U-Bahn wie wir in Moschklin. In dem Film. Also der... Kommissar... August Diehl. Der übrigens, sagen wir, absolut aussah wie... Oliver Naatz. Zu dem Zeitpunkt. Wie so ein kleines... kleines Vampirchen. Der kleine Vampir. Ach, ach, ach. Nico, ach. Nico, super. So, also ich bin dann derjenige, der in der Nährungsstraße auch diese Fahne hisst. Nein, das ist echt ganz furchtbar. Guck mal, der Film wurde ja jetzt auch zum Sohn-Tur-Vierten gespielt. Dann zappen wir rüber um 22.36 Uhr zu einem anderen Privatsender. Nightshow oder so. Das ist ja der zweite Polizeisender hier. Und dann kam er irgendwie so auch irgendwas mit Taylor. Kommissar. Nico Gimbaldi. Weil Aldi ist ja hinten. Und es ist einfach so. Jan will es mir immer nicht glauben und schreibt selbst von mir ab. Oder kriegst du so ein Essen spendiert oder so. Nee, nee. Gutes Zeichen, schlechtes Zeichen. Offen. Die Alba. Die Alba-Trasse. Ja, war mein Star. Oh, hier habe ich David Bowie gesehen, ja. Und dazu getanzt. mit meinen roten Bauling-Shoos. Aus Charlottenburg. Hey Udo, ich brauche ein Audi, Jens. Da kam Audi. Oh, hier haben wir den okay. Hier kam Audi. Oh, hier haben wir den okay. Henry Maske ist Max Schmeling. Hauptsache fair. Ich muss immer smile wegen Adam. Goldene Hexe. Ich möchte Ihnen über die Freude der Mannschaft mit dem Offizierenden und der Feuer, die Schießrüsterinnen und Assistentinnen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Medien. Ich möchte Ihnen über die Freude auch wieder bei Spannungen und den Verkaffenden zu retten. Ladies and Gentlemen, Ladies and Gentlemen, themen of the German Center Association, I would like to welcome you to the days with an under 60 French men in Germany and Denmark. So macht man das. Public Viewing. P4. 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 3. P4. 2. P4. 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 Wenn weiter so ein blaues Scheiße wird, wird bald ein Schnarr. Also PV. Oder sagt hier ÖS. Öffentliches Sehen. Public Viewing. Cool. Wow, 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 hier ist es. Ladies and Gentlemen. Ja, wird umbenannt. Sind ja nicht von gestern. Wir sind immer auf der Sonne Seite. Fotografenwetter. Ja. Und SC heißt dann Speakers Corner. Da ist ja fast die Sonnenbrille mitgenommen. Selbsttönende Autoscheiben. Ja. 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 Die Marien und Boisbache Timbaldi Wer von den beiden ist? Thomas Milian Und wer ist? Paola Neben Riosan Ich Legende von Paul und Paola Dann gehen wir mal über die Corner In einem Internet-Zeitalter Endlich auf Asch.de In der Street-Kabinett Eishaus Dieser Schaf Eishaus Dank dem Club of Rome haben wir sogar im November Blumen draußen 50 Years Club of Rome 2023 Eishaus Die Bäume wurden hier so gepflanzt dass sie im Winter Rosa sind Da haben sie drüben schon grün gehört Wir haben in unserem Eckhaus in Charlottenburg auch die Bäume wachsen sehen können Als nächstes Zum Objekt Jetzt geht es erstmal Frageablaschen Korrekt Äh 17.4 Hier Eigentlich wird es die anlassen Das sind solche Unflätigkeiten-Staubsauger mit Video Das sind solche Unflätigkeiten-Staubsauger mit Video Ah, ja, der Kollege Nein, ihr könnt das nicht Das ist doch mal mit einer Hand fahren können Das ist doch mal mit einer Hand fahren können Und dabei noch singen, ne Ich hab doch gesagt, die Kollegen sind schon da Bei Bei Und Bäume in den Straßen Wow, 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 wow Prachtherbst Ja, da machst du einen Handy-Shop auf Äh, einen Smart-Shop Und das heißt dann Pracht-Perle, ne Pracht-Perle und Pracht-Perle So arbeitet ja jeder Komiker Oh Mann, oh Mann Ja, an sich muss ich jetzt auch noch so die Ja Wärst du falsch? Machst du jetzt ein Team? Couscous Das Second peg Pfff 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 Jua Pfff 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 Ja, ganz schön greif. Halloween-Spinnenwebel. Achso, ja. Das Halloween-Geschäft in Prenzauer Berg hat ja voriges Jahr schon dicht gemacht. Schön dicht gemacht, ne? Noch dichter. Ja, die Penner-Magneten haben sie doch schon in den vergangenen Jahren abgeschraubt. Das heißt, die öffentlichen Bänke und die Privatisierung des öffentlichen Raums. Durch Mafiosi. Ja. 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 Hochzeit der Skiamahne. Ja. 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 βαbiere mit Base Caps. Ich hab Base Caps um Space Caps. Aber wenn der Mensch macht hinne, heißt da jemanden hinnergelt. Ecke Veteranenstraße ist fertig. Ich habe auch schon ein paar Mal gehört, Identitätsliebstahl. Ja genau, das ist das Fachwahl. Ich glaube schon ein paar Jahre fehlt bei mir. Er fängt davon an, wie er mit dem Fisch schießt. Der Mann, der schockt die Tonkechen. Trotzdem ist das nicht die Sphinx hier. Das ist der Jugendstil Hauptmärchenbrunnen. Das hat mit Bedolf nichts zu tun. Der Schiffer und sein Schiff. Der Nächste soll ich sein, oder seine Schwester? Der Kieft, Kieft. Biermann. Alan. Alan. Am 4. Oktober behelmt... Be-Dolf. Bedolf. Drei. 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 Was sind denn da noch mit dem Fake Polizeiausweis der August Diehl? Nämlich an Julietta. Tattoo. Das waren noch eine Buttons fürs Revers. Die Buttons waren sehr schwer. Die Buttons waren sehr schwer. Schalier waren sehr schwer. Schalier waren sehr schwer. Ansonsten fielen. Ansonsten fielen. Ansonsten fielen. Ansonsten fielen. Ros iets. Ja, wir haben. Der Schramm ist mit dem Chlor die Billiglinse. So ein Kratzer hatte ich auch auf dem Weg. Ich kratze lieber umgebleibt. So eine Kratzerplatten. Das ist voll aus. Das ist auch schon sehrisch hier. Die heiße Yacht an Saint-Tropez. Hintern Horizont. Ich zähl die Zeit. Hier oben sind so viele. Hier oben schmeckt die Luft wie Eis. Im Restaurant des Fernsehturms. Hier oben sind so viele Stasi-Agenten. Im Fernsehturm. Im Fernsehturm. Restaurant. Ort Same. Wir fallen tief. Ja Engel fallen tief. Ich hab auch wieder gezählt, weil er zählt meine Zeit da, als wäre ich im Knast. Aber er ist eher im Knast gewesen, nicht ich. Er lief im DDR-Knast. Wollte rüber machen. Da drüben, da gibts rüber. Wie Triade. Am 6. wird das Sternradio-Haus demontiert. Good Boy! Wladimir Ilyich Lenin Hier oben sind so viele angeschmiert. Hier oben hören so viele Spliff. Dein letzter Tief. Hat doch schon geporpelt. Das war nicht so glücklich. Die Leute auch schon mal gezückt. Konto, die Konto. Das 23. Da ist Nico. Der hat mich überlebt. Milch. Was hat er gesagt? Das Ding da geht klein. Ein komisches Stöb. Kesselwetter. Ja. Das Ding da geht. Ja. 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 Ja, John wollte irgendwie so Hamburg vierteilen, Schleswig-Holstein und Dänemark und Lübeck-Werland-Klein-London. Get back! Und ihr wisst natürlich auch, wie seine Band eigentlich heißen sollte. Da war keine Bange. Sat.1 ist auf meinen Google-Sites. Man sieht, dass sich Thor Paul McCartneys Tochter-Clip irgendwie rangeklippt hat. Die gibt hier einen Staubsauger. Die anderen Behn habe ich mir noch nicht angeklippt. Fantastisch. Das Stück ist super. Jetzt muss ich so singen wie Paul McCartney im Playback. So, Jutaborg. John, Borg. Nee, nee. Da gibt es einen großen Dänen. Den habt ihr. Da ist auch Borg. Wie Tu Borg. Borge. Victor Borge. Da drüben ist die Luft aus Eis. So ein Scheiß. Da drüben ist so hell. Rest Berlin. Die alte Fabrik Hansa Studios. Mit dem Überblick. Ganz schön snobbistisch. Nähe auf Eitel-Imperial. Edo Vision of Warner Music. Dreefs. Warner Music. Let your love flow. Eltern, Ärzte. Nauen. Und wie hat er rüber gemacht? Auf die alte Agententour. Kaputte Zähne. Ausgewechselt. Wie ein Agentenführer, Jürgen Dreefs. Der Spanier. Und dann hat ihm die Plattenfirma gesagt, er soll das Lied covern. Let your love flow. Zwischen Blumen und Stroh. Jürgen Dreefs singt vom Kiffen. Jürgen Dreefs singt vom Kiffen. Fiet. So, Alter. Da musst du mir die Feuerwand nehmen, mal ein bisschen scharf stellen. Sonst klingelt die Hose. Am Horizont Tabakon. Tja, den gibt's seit 18. Da stehen die Verbrecher drauf. Wenn wir so lange gewartet, bis wir 18 sind, dann nehmen wir es länglich. Der Kunde hatte Sexualkunde-Unterricht. Hey, was ist mit dir los? Ich muss ja einen kleinen Freitag haben. Na, du weißt, dass das deine Lieblingshaube ist zum Tanken. Ich denke, ich habe einen Marienkäfer getroffen. Marienkäfer-Landeplatz. Was die Ur-Frei-Hitler antwortet, wissen wir. Ave Maria. Ich gehe zum Tanken. Das ist übrigens auch ein paar Drehungen. Ich werde offen sind, da kurz zu schlafen, und jetzt kann ich mich besser celery, dann kann ich mich beschreibe. Das war's für heute. Wir brauchen Nachhaltigkeit ohne Belehrung von oben in Pflichtfachökologien und Schulen. Das war's für heute. Die Mittagspause ist wieder ab 12 für 30. Das war's für heute. Das war's für heute. Fotografenwetter, die Antidemokraten, Fotografenwetter. Fotografenwetter. Ich hab' Fähnchen. Ich hab' ein 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 Fähnchen. 등atzfüll. erin. ey. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe einen weiteren Stift. Dann kann der Ola mit meinen Augenbrauen. The Left One. The Left One. Billy Wilder. Billy 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 Billy. Oh, Disney Pyramide. Shutter Island. Shutter Island.